Renfield. Und ich gebe zu, das ist, seit ich den Trailer gesehen habe, einer der am meisten erwartetsten Filme des Jahres für mich. Jetzt habe ich ihn gesehen und ich spoilere mein Urteil gleich. Der Film macht einen Heidenspaß, aber es ist trotzdem kein runder und wirklich guter Film. Es geht um Renfield, gespielt von Nicholas Hoult und das ist der Assistent von Dracula. Das heißt, dessen Job ist es, ihm stetig Leute zum Aussaugen zu bringen oder Behausungen zur Verfügung zu stellen und so alles, was Dracula, weil er tagsüber im Sarg liegt, nicht tun kann. Ja, das erledigt halt Renfield. Das Problem ist, nach vielen, vielen Jahren hat er davon langsam die Schnauze voll. Ich meine, Renfield, wird auch erklärt, hat von dem Ganzen auch einen Vorteil, nämlich die Fähigkeit, wenn er Insekten isst, entwickelt er übermenschliche Kräfte, die er dann eben auch zum Einsammeln der Opfer braucht. Aber insgesamt hat Renfield von all dem die Nase voll. Deswegen sucht er nach einem Ausweg aus dieser Situation, dass zum Beispiel bei einer Therapiegruppe, aber dann kommen noch ein paar andere Dinge dabei und ich gebe offen zu, der Film hat nicht wirklich einen Plot, den er dann ansteuert oder in den er gerät, sondern er baut einfach verschiedene Bausteine und Themen auf. Da ist eben Renfield, der von Dracula weg möchte und das ist quasi die Geschichte einer toxischen Beziehung, aus der sich jemand löst, versucht zu sich selbst zu finden, Selbstvertrauen zu entwickeln und da rauszukommen, natürlich in alberner, überhöhter und blutiger Form. Dann ist der Film ein einziger Spielplatz und eine Bühne für Nicolas Cage. Dessen besondere Stärke ist es ja immer, wenn er voll overacten kann und dieser Dracula ist nicht irgendwie klassisch, altmodisch, sonst wie angelegt, sondern das ist ein Partyfilm und Cage kann hier sein Overacting in ungeahnte Höhen treiben, hat einen Heidenspaß an der Rolle und der Film lässt ihm auch diese Freiheiten, die er dazu braucht und deswegen, er ist bei knackigen 90 Minuten gar nicht so endlos viel dabei, aber wenn er dann auftritt, hat er seine großen Momente, einzelne spezielle Sprüche sitzen. Also es ist einfach ein filmischer Beleg dafür, wenn du Cage ein richtiges Drehbuch gibst oder eine richtige Bühne, kriegst du was wirklich Lohnendes. Ansonsten gibt es noch einen Subplot, in dem es um ein paar korrupte Polizisten, um eine Gangsterfamilie geht, die mit dem Ganzen in Verbindung kommen. Das dient eigentlich nur dazu, die ein oder andere Schlacht, das ein oder andere Kampfszenario im Rahmen des dünnen Plots zu ermöglichen. Das ist rein effektiv, das funktioniert auch und liefert ein paar wundervolle Metzelszenen. Ich mag Gewalt eigentlich nicht, aber sie ist hier nicht ernst zu nehmen, sondern so endlos comichaft überhöht und es gibt eine Metzelei, Schlägerei, wie auch immer, an einer Treppe, die ist auch im Trailer teilweise zu sehen. Und das ist ein unglaubliches Spaßniveau, auch wenn, und das ist einer der größten Nachteile des Films, an etlichen Stellen mit sehr überschaubar günstigem CGI nachgeholfen wurde, beziehungsweise mit CGI, das man als solches eindeutig erkennen kann. Ja, und das ist einfach der letzte Punkt. Der Film bringt etliche Splatter-Szenarien aneinander und liefert im Grunde nicht wirklich eine Geschichte, aber eben Einzelszenen, die unglaublich gut funktionieren, wenn man den Film so als Partyfilm betrachtet, als kurzweiligen Spaß, als albernes Overacting, als wilden Ritt, wenn man es so will, aber auch etwas wie filmisches Fast Food, das nach Konsum, nach dem Film relativ schnell aus dem Kopf verschwindet. Was ich jetzt noch gelesen habe, wobei ich das im Film nicht bestätigen kann, der Film soll zum Dark Universe gehören. Das heißt, es gab ja mal Dracula Untold, der dann aber auch wieder fallen gelassen wurde. Dann gab es den Mumien-Film mit Tom Cruise, wonach das Dark Universe so richtig aufgebaut werden sollte, verfiel auch. Und jetzt Renfield. Tonal und auch sonst wie passt der gar nicht in das Ganze rein. Letzten Endes merkt ihr aber, ich bin jetzt nicht händlos begeistert, weil das Ding eben, vor allem inhaltlich von der Story her, nicht besonders rund ist, aber alles in allem oberflächlichen, zufriedenstellenden Spaß liefert. Ich rate nicht davon ab, vor allem wenn man Nicolas Cage mag und bin immer noch zufrieden mit drei von fünf Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr den Trailer gesehen? Habt ihr Lust auf den Film oder ist das überhaupt nichts für euch? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.